Okay, nächster Versuch jetzt. Wir wollen ja eben unfreundlicherweise abserviert von diesen... Naja. Jetzt schaffen wir es ganz sicher. Jetzt wissen wir ja schon, wie es funktioniert. Nein. Haha. Kommt da noch irgendwas, oder? Ey, das gibt's nicht. Ey. Oh ja. Boah. Okay. Safe State. Really gnoty rampage. Boah, das war klar. Okay. Der... Der Biber schon wieder. Und ja, ist es wirklich ein Biber. Cremcox Industry Inc. Ich glaube, das ist die letzte Wild, oder? Oil Drum Alley. Oil Drum Alley. Oh nein. Warte mal, kann man hier vielleicht... Warte mal, kann man hier vielleicht... Nee. Die sieht schwer aus. Also ab hier ist es blind. Das kenne ich noch nicht. Ich weiß auch nicht, wie der Endgegner aussieht. Doch, das ist doch dieser... Dieses Krokodil da, oder? Das habe ich mal in so einem Speedrun gesehen. Oha... 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 Ich muss schon sagen, es ist schon... Boah. Upp. Ach scheiße. Feuer aus. Drauf. Nein. Ja. Natürlich. Das wäre nämlich gerne die, die kommen. Weil dieser Affe zu groß ist. Das ist auch nicht der einzige Grund. Boah, ist ein verstecktes Fass. Cool. Boah, boah, boah. Wir nehmen erstmal den Affen. Weil der ist nicht so viel wert. Ist auch fies. Tut mir leid Affe. Oh scheiße. Aber es stimmt. Es können ja viele Leute bestätigen, dass die, die Kong, eindeutig besser ist als dieser Affe. Ja, ist gut. Na toll, jetzt geht's los. Ja. Warte, dann machen wir hier einen Safe State. Sparen uns mal diesen jetzt. Dann gucken wir, was hier so ist. Okay, da war definitiv nichts. Habt ihr noch irgendwas? Nein. Geschafft. Ja, ihr seht schon, ich bin jetzt ein bisschen... ...skeptisch geworden mit diesem Spiel. Trick-Trak-Track-Track. Na toll. Oh nein. Ich habe komische Sachen von diesem Level gehört. Da hieß es dann... Oh, da ist voll das schwierige Level. Da ist doch so ein Förderband. Ich hoffe das war gelogen, was ich da gehört habe. Boah. Herzinfarkt. Nein. Das war ein Reflex. Und natürlich fallen wir runter. Warum hält das Scheißteil auch an eigentlich? Das sind Sachen, die verstehe ich nicht. Warum hat dieses Teil angehalten? Ja, Affe dreht voll durch. Ja, wir wissen, dass es zu viel für dich ist, Affe. Das kann Gott dir die Brust zerschlagen. Wird vorsichtig. Okay. Boah. Wie nett. Ja, ist das O. Oh mein Gott. Okay. Okay, da wird jetzt eine Bonussa, die möchte ich nicht haben. Ich möchte lieber diese Speicher, genau. Oh nein Die können ja gar nichts Was soll das denn sein für ein Witz Oh mein Gott Das war mies Also langsam wird es hier richtig Natürlich Jetzt mal bitte vorstellen, wenn ihr noch Didikon gehabt Ja, der hat mich gar nicht getroffen, aber naja Oh mein Gott Zieh dich bloß Erst als N, oh nein Das gebe ich nicht Oh nein Ach du Scheiße Vorsichtig Geschafft Oh mein Gott Elevator Antics Schlange, haben wir das letzte Mal Schlange gesehen Oh mein Gott Ich dachte, die leveln wir jetzt irgendwie Hightech oder so So gegen Ende Scheinlich Schade Oh ja, wer konnte damit rechnen Oh ja, toll, wer konnte damit rechnen Hat wieder Leute, bis dahin 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 Bis dahin